Okay, wir führen noch einen kleinen Buss vor der Pause und das ist eine Schaffel. Und ich habe Martin vorhin noch erklärt beim Soundcheck, das ist ein Grundturmberger. Martin, wir müssen uns jetzt demonstrieren, was ich heute noch habe. Martin, wir müssen uns jetzt demonstrieren, was ein Grundturmberger ist. Ein Christophischer. 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 Applaus 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 Vielen Dank.